Hallo, ganz kurz am Anfang eine kleine Vorab-Information. Also, wir wollten eine Runde Minecraft Pocket Edition Waro spielen. Ich hatte die Map schon gebaut, hatte schön mit Obsidian abgesteckt, hatte vier Plätze gebaut. Zisha war mit dabei, Kira war dabei, Marble war dabei. Und dann war der Server einfach so ultra am laggen. Es war richtig scheiße. Es war richtig scheiße. Und es lief insgesamt, glaube ich, so ungefähr 45 Minuten. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, einfach so einen kleinen Zusammenschnitt zu machen. Aus Marbles Perspektive und meiner Perspektive, wie es gelaufen ist. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr mal ein normales Waro sehen wollt, vielleicht mal am PC oder so oder an der Konsole, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich habe, wie gesagt, einen kleinen Zusammenschnitt gebaut für euch mit den Highlights des Projektes, sofern es die denn gab, weil es war wirklich ein bisschen am Längen, was wirklich am Server lag. Es lag nicht an unseren Geräten, es lag am Server. Na ja, Minecraft auf dem Handy oder Tablet ist immer so eine Sache für sich. Also wünsche ich euch trotzdem viel Spaß. Schaut mal rein, schaut auch bei den anderen vorbei. Die sind in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß. Tschüss. Fantastic. Ja, und damit willkommen zu einem ganz neuen Projekt, nämlich Minecraft Pocket Edition Waro. Und ja, ich gehe jetzt mal direkt rein. Wir versuchen jetzt mal direkt hier und... Ah! Ich versuche mal direkt jetzt hier rauszukommen. Moment, ah, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Moment, hier. Okay, ich muss mich erst mal konzentrieren. Ich spiele jetzt gerade auf dem... Ich spiele jetzt gerade am PC. Ich spiele am... Nein! Was mache ich denn hier? Alter, das war der schlechte Start. Das war der schlechte Start aller Zeiten. Wir haben eine Errungenschaft erzielt. Alter, das ist... Okay, ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Also, wer am längsten überlebt, hat gewonnen. Das ist die Sache. Ich will natürlich... Steve hat das Spiel verlassen. Wir haben gar nicht... Bei Marvel war wieder klar, dass bei Marvel wieder irgendeine Scheiße passiert und er nicht zu Ende spielen kann. Ich denke auch, es ist echt hinterher am sinnvollsten, einfach hochzugehen und den Leuten auf die... Es ist einfach am sinnvollsten hochzugehen und den Leuten auf die Fresse zu schlagen. Und wir sind auf dem Weg runter. Das heißt, Kira ist nicht unten. Wenn er sieht... Äh, er hat ein Bild doch gesehen. Wieso greift er ihn nicht an? Komisch. Oder er traut sich nicht. Komisch. Ich bin echt gespannt, wie es bei anderen läuft. Es ist echt ein bisschen laggy. Vor allem ist es... Es läuft ja... Es ist nicht... Es läuft nicht unflüssig. Es ist einfach nur... Ich glaube, das liegt an einem... Ich weiß nicht, ob das an einem Server liegt. Oder an mir. Ich weiß es nicht. Okay, wir haben Lava. Da darf ich nicht rein... Oh! Alter Schwede! Das hat... Alter, das habe ich doch nicht abgebaut. Oh, ich muss aufpassen. Ich muss unbedingt aufpassen, ey. Das ist so gefährlich. Hier ist Lava. Okay, ich muss... Ich kann das nicht riskieren. Wobei ich jetzt nicht unbedingt drauf spiele, einfach nur zu campen oder so. Nein, wir wollen offensiv spielen. Ich habe es, wie gesagt, bei dem normalen Varro... Wir haben es... Ich habe es da so oft gesehen, dass irgendwie die Leute dann nur gefarmt haben oder so. Das will ich natürlich nicht machen. Wir wollen hier im Grunde... Wollen wir hier so offensiv spielen, wie das geht. Ich will nicht... Ich will nicht campen. Aber wenn ich jetzt weiß, dass es bei allen laggt, dann ist es ja okay. Und für euch ist es ja im Grunde auch... Weil... Wird wohl okay sein für euch, oder? Ist okay. Für dich da draußen? Okay. Ich darf nur keinem in die Finger laufen. Jetzt haben wir zumindest schon wieder ein bisschen Licht. Wir haben genug Eisen gleich. Wir haben gleich genug Eisen zusammen. Ich brauche jetzt ja auch gar nicht auf irgendwelche Sachen zu sparen, wie Amboss, Zaubertisch oder... Oder Diamanten suchen oder so was. Das ist alles im Grunde... Ich versuche sie... Oh. Der ist tot. Kira ist... Kira ist raus. Der ist raus. Alter, okay. GG. Der ist jetzt raus. In der zweiten Folge. Alter. Okay. Das kam jetzt plötzlich. Alter. Ach. Er schreibt nur Noll. Alter. Der ist... Matthias ist ein Monster, ey. Matthias ist ein Biest. Alter, was ist eine Killing-Maschine, ey. Ohne Witz. Die sind an der Oberfläche, okay. Oder sie haben sich unter Tage getroffen. Na, komm, Kira. Ja, jetzt wird es auch... Das ist jetzt auch egal. Komm. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts tun. Oh, er ist tot. Er ist tot. Ich habe Kira gekillt. Schön. Jawohl. Ah, krass. Krass. Ich farm hier unten. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. Okay, ich sneak hier wieder. Ich hoffe... Ich kann das nicht... Wie gesagt, das Texturpack ist scheiße. Ich kann das nicht sehen. Es ist ein Diaz sauber. Oh, danke Gott. Wir haben welche. Wir haben welche. Es reicht. Ich kann ihn nicht. Jetzt kann ich ihn endlich mal abbauen. Okay, gut. Wir gehen jetzt in die Mitte. Da ist einer. Oh, scheiße, 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 scheiße. Das ist Matthias. Es ist so fugglig zu steuern. Es ist so fugglig zu steuern. Ohne Scheiß. Alter. Vor allem, jetzt zeigt er mir nicht mal an, dass ich ihn besiegt habe. Was war das denn? Hä, der Däpfel? Guckt euch das mal. Hä? Guckt euch das... Der schlägt immer noch. Oh, ne Witz. Es ist so laggy. Der schlägt immer noch. Sieht der uns wohl. Jetzt. Er hat eine Eisenrüstung. Ja, scheiße. Und Diamantschwert. Ja, genau. Und ich kann nicht runtergucken. Ja. Das wird es gewesen sein. Jo. Alter, warum hat der ein Diamantschwert und eine Eisenrüstung? Was hat der denn gemacht? Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn. Yeah. Das war der Money Shot. Er ist ja weggelaufen. Jetzt ist er, willst du mich verarschen? Jetzt ist er da hinten. Alter. Alter, Junge. Weil er zielt definitiv besser als ich. Ich komme mit dem Controller überhaupt nicht zurecht. Ich habe allerdings auch ein Diamantschwert. Ja. Superkampf, Alter. Superkampf. Ach, Mann. Ah, Mann. Mann, 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 Mann. Mein Controller. Ja, wie gesagt. Ich weiß nicht genau, in wie viel Part ich das hochlade. Ich denke mal, ich mache so einen Zusammenstieg draus. Aber es ist wirklich zwar zu lege. Ich gehe jetzt erstmal wieder ins Teamspeak. Red mal mit den anderen Leuten. Und sage dann, danke schon, dass ihr dabei wart. Und bis demnächst. Gib einen Daumen nach oben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.